Musik Der erste unserer Studententypen ist der Dauergast. Derjenige, der schon pünktlich zur Eröffnung vom Blühweinstand zeltet und es kaum erwarten kann, den ersten zu trinken. Sobald dann die ersten Freunde da sind, wird ein Hit nach dem anderen zum Besten gegeben. Nur um anschließend den ganzen Abend in möglichst vielen Selfies festzuhalten. Ja, und rechts im Bild sehen wir auch schon den nächsten Studententyp, die Mitgeschleppte. Glühwein, Winter und die ganze Weihnachtszeit verabscheut sie und würde jetzt deutlich lieber zu Hause auf der Couch eine Serie schauen. Und dann gibt's da noch die Schickeria. Perfekt gestylt und in den teuersten Klamotten belächeln sie jeden, der nur ansatzweise Spaß hat. Machst du den immer voll hier, aber diesmal mehr Schnaps und für weniger Geld, okay? Ja? Gut. Und so schaut es dann aus, wenn der Glühwein wirkt. Ja, wer kennt ihn nicht? Dieser eine Kumpel, der immer ein, zwei Glühwein zu viel hat, bei jedem Lied mitgrölt und alles anmacht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber immerhin hält er die Stellung bis zum bitteren Ende. Bis zum ..